Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Firma Freizeitmobile von der Kamera GmbH. Wie in der Umfrage gewünscht, zeigen wir euch jetzt in diesem Film den Carado T447 als Edition 24 und in dem Fall hier aufgebaut auf dem Ford Transit Chassis mit Automatik. Carado hat ja im neuen Modelljahr, sprich Modelljahr 2024, eine ganze Menge getan, unabhängig hier vom Basisfahrzeug, was jetzt neu mit dabei ist. Also wir haben die Möglichkeit, den T447 als Fiat bzw. Citroën zu bestellen und jetzt neu halt auch auf Basis des Ford Transit. Ich persönlich finde den Transit ein wirklich schönes Auto. Ist von der Optik außen wirklich gelungen. Passt zum Aufbau richtig schön dazu. Ist auch vom Cockpit vorne sehr schön Automotiv. Das gucken wir uns gleich drin nochmal an. Also insgesamt wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, so wie er hier steht, ist das durchaus wirklich eine interessante Alternative zu den bisherigen Basisfahrzeugen, die im Portfolio sind. Wir gehen mal einmal außen rum, gucken einmal rauf. Wir haben schon bei dem letzten Video von Carado gesehen, geänderte Außengrafik haben wir im neuen Modelljahr mit dabei, sprich andere Außenabklebung. In dem Fall haben wir hier bei dem Edition die Rahmenfenster mit an Bord, die natürlich eine wirklich schöne, glatte Außenoptik uns hier liefern. Und in dem Fall haben wir hier noch die Alufelgen mit drauf. Somit haben wir ein wirklich sehr, sehr schönes dynamisches, sportliches Design. Das setzt sich meiner Meinung nach auch an der Heckpartie deutlich wieder. Wir haben ja hier die neue Leuchtengrafik mit dabei. Heißt, wir haben natürlich die LED-Blinker und wir haben das Licht, was hier wirklich mit diesem Bridge-Light einmal das ganze Heck im Prinzip ziert, sodass man wirklich eine wiedererkennbare Leuchtengrafik hier bei Carado mit dabei hat. Auch der Rest vom Heck natürlich segmentiert wieder, sodass wenn mal irgendwas kaputt gehen sollte, dass es einfach zu tauschen ist. Und natürlich haben wir hier GFK Heckwand und GFK Dach mit an Bord, sodass das alles unempfindlich ist gegenüber Hagel und sonstigen Einflüssen. Wir haben eine zweite Garagenklappe mit dabei. Das darf natürlich auch nicht fehlen, sodass wir auch von dieser Seite hier einen entspannten Zugriff haben auf unseren Heckstauraum. Was der uns bietet, das sehen wir gleich nochmal auf der anderen Seite. Wir gucken uns nochmal den Transit vorne vom Kopf her genauer an. Man sieht, der Triebkopf hier ist deutlich höher aufgebaut als beim Fiat Ducato oder beim Citroën Jumper. Somit kommt das Auto hier richtig schön bullig mit daher. Wir haben die Nebelscheinwerfer mit dabei. Wir haben eine Radioantenne hier vorne auf dem Kotflügel, was sicherlich auch nicht schadet. Den Radioempfang beim Reisemobil ist ja immer wieder ein Thema. Somit haben wir da also vom Basisfahrzeughersteller direkt eine vernünftige Lösung mit an Bord. Als Edition 24, so wie er hier steht, haben wir natürlich auch die Plissé-Verdunklung vorne schon mit dabei, sodass wir unser Fahrerhaus hier auch vernünftig verdunkeln können. Wenn wir auf die Türseite schauen, können wir sehen, wir haben hier natürlich eine Markise direkt mit ab Werk verbaut. Wir haben hier eine schöne Aufbautüre mit dem Fenster, mit der Verdunklung drin. Fliegenschutz darf natürlich auch nicht fehlen, haben wir hier natürlich auch mit an Bord. Toilettenfach, das lassen wir jetzt mal außen vor. Das kennen wir zu Genüge, das habe ich gerade eben schon mal aufgeschlossen. Da haben wir das Gasfach. In dem Fall haben wir hier zwei hintereinander stehende 11 Kilo Gasflaschen. Dann werfen wir einen Blick in unsere große Heckgarage. Dank unseres Einzelbettengrundrisses haben wir hier im Heckabteil wirklich sehr, sehr viel Platz. Zweite Garagenklappe haben wir gerade auf der anderen gegenüberliegenden Seite schon gesehen. Wir haben hier natürlich einen abgesenkten Stauraum. Wir haben hier die Zurschienen mit dabei. Wir haben natürlich auch eine Beleuchtung mit dabei. Steckdose 230 Volt. Ist hier direkt über der Leuchte installiert, sodass wir auch hier unsere E-Bikes zum Beispiel laden können. Wenn sie hier drinnen drin stehen. Wir haben hier noch Stauffächer auf der rechten zum Innenraum gewandten Seite. Sodass wir da auch noch diverse Kleinteile unterbringen können. Und wir messen hier auch nochmal einmal das Garagenmaß, was wir hier haben. Da haben wir eine Höhe von 1,19 Meter. Eine Breite von 2,18 Meter. Und wir haben hier eine Tiefe. Von 1,15 Meter. Also wir haben hier wirklich eine ganze Menge an Stauraum. Wir können hier ganz bequem Fahrräder hinten einladen. Bei Carado um Originalteile und Zubehörprogramm gibt es auch einen wirklich schönen Fahrradträger, den wir hier an unsere vorhandenen Schienen montieren können. Sodass die Räder wirklich platzspant hier hinten untergebracht werden können. So, jetzt sitzen wir drin im T447 Edition 24 auf Basis des Ford Transits. Wenn wir einen Blick hier nach vorne richten, können wir sehen, wir haben hier ein wirklich sehr, sehr schönes automotives Cockpit. Das sieht alles sehr, sehr PKW ähnlich aus. Wir haben ein richtig schönes Lederlenkrad mit Multifunktion. Wir haben hier serienmäßig das Original Ford Radio drin. Klimaanlage ist natürlich mit dabei. Beheizte Außenspiegel und solche Spielereien ebenso. Plissé-Verdunklung für Front- und Seitenscheiben hatte ich draußen schon angesprochen. Somit, dass wir hier wirklich ein vollwertiges und sehr, sehr gut ausgestattetes Basisfahrzeug haben. Wer sagt, normales Radio langt mir aus, der kann hier oben noch den Handyhalter nutzen, um hier Tablet oder Handy einzuspannen für die Navigation. Wer sagt, brauche ich nicht, ich möchte das Ganze fest installiert haben, der lässt es dort, wo es ist. Und es gibt hier auch im Aftersales wirklich schöne Geräte mit 9-Zoll-Display, die wir hier einbauen können, um entsprechend Navigation und Rückfahrkamera dort drauf zu kriegen. Sitzgruppe haben wir in dem Fall eine normale Seite. Sitzgruppe mit einem Wand angeschlagenen Tisch. Hier mit unserem Seitensitz nochmal. Oben drüber auch im Edition 24 Paket mit drin unser Fenster in der T-Haube, was natürlich hier nochmal enorm viel Licht und Luft mit reinbringt. Das können wir öffnen, das ist verdunkelbar und natürlich auch mit Moskitonetz versehen. Hier vorne bietet der Transit uns noch ein bisschen Ablagefläche über den Sonnenblenden. Die können wir nutzen und natürlich haben wir hier auch hier oben nochmal ein bisschen Ablagefläche. Mit einer großen Rüttelkante, sodass wir hier auch nochmal das ein oder andere kleine Teil unterbringen können. Ansonsten haben wir natürlich Carado typisch den Möbelbau mit unseren wirklich sehr, sehr hochwertigen Scharnieren mit dabei, sodass sie automatisch schließen. Wir haben hier im vorderen Bereich unter unserem Seitensitz noch ein schönes Fach, was wir für Schuhe zum Beispiel nutzen können. Das Ganze setzt sich fort im Bereich der Küche. Da haben wir das Ganze nochmal mit Borde unterteilt und natürlich, so wie wir es von Carado kennen beim T-447, hier unsere Winkelküche mit Spülbecken, mit der Ablage, zwei flammiger Kocher von Kahn mit elektrischer Zündung. Und wie wir es bei Carado gewohnt sind, hier unsere Schubladen in wirklich Haushaltsqualität mit richtig vernünftigen Auszügen, mit Softclose, sodass wir hier alles, was wir an Küchenutensil brauchen, auch ganz entspannt und sicher unterbringen können. Zudem haben wir hier nochmal 12 Volt, 230 Volt Strom. Unsere Gasabsperrhähne sind da wirklich vernünftig und griffbereit untergebracht. Und natürlich hat man hier auch an den Mülleimer gedacht, der hier direkt in dem Unterschrank der Spüle untergebracht ist. Auf der anderen Seite, wir können ja einmal die Seiten tauschen, haben wir hier unseren großen Kühlschrank. Auch der ist beim Edition 24 mit im Paket enthalten. Wir haben hier einen großen Tedford Kühlschrank mit 167 Litern, mit separatem Gefrierfach. Sehr, sehr schön untergebracht hier an dieser Stelle. Der Kühlschrank hat AES, sprich automatische Energiewahl. Wir brauchen uns hier nicht mitquälen, dass wir den Kühlschrank umstellen müssen, wenn wir irgendwo angekommen sind, sondern wir stellen das hier ein und machen das in dem Fall völlig automatisch, ohne dass wir da ein Knöpfchen drücken müssen. Der Kühlschrank, niedrig eingesetzt, hat hier den Vorteil, dass wir hier oben relativ viel Platz haben. Bietet uns ein sehr, sehr schönes Raumgefühl und gleichzeitig haben wir hier ein Plätzchen für unser TV-Gerät. Denn das Auto ist schon ausgestattet mit einer vollautomatischen SAT-Antenne mit unserem Teleko-Fernseher, den wir hier drin haben. Das Ganze kann man rausziehen, wir können das Ganze auch noch rumschwenken auf die andere Seite und wir können es natürlich wieder reinschieben und für die Fahrt entsprechend sichern. Griffgünstig untergebracht haben wir hier unser Bedienpanel und unser Heizungspanel, in dem Fall das Toma CP Plus Panel. Dieses Fahrzeug hier ist ausgestattet mit einer Toma Kombi 6E Heizung, also wir haben hier die Möglichkeit, wie man hier an dem Netzstecker siehst, der dort gezeigt wird, nicht nur im Gasbetrieb zu heizen, sondern wir haben hier auch 2900 Watt Elektroheizstäbe in einem Heizgerät verbaut und können somit entweder rein elektrisch, rein Gas oder auch im Mixbetrieb hier unsere Heizung betreiben. Weiter geht es hinten im Abteil-Bad-Bett-Bereich. Wir haben hier natürlich wieder unser Raumbad. Auch hier hat sich ein bisschen was getan im Modelljahr 24. Der Möbelbau an sich ist ja von der Farbgebung etwas anders geworden, sprich unsere Holzflächen sind anders farbig, unsere Oberschrankklappen sind anders von der Farbe. Somit haben wir wirklich einen sehr, sehr schönen und modernen Look hier im Fahrzeug. Wir haben sie jetzt hinten ein bisschen angeschrägt, was auch wirklich sehr, sehr schön ist, weil wir hier eine ganze Menge Raum dadurch gewinnen. Wir gucken uns einmal unsere Dusche an. Die ist natürlich sehr, sehr schön groß. Wir haben hier unten die Einlage drin, die wir dann zum Duschen natürlich rausnehmen. Und somit haben wir hier eine sehr, sehr schöne Dusche mit Dachhaube, mit Stange zum Handtuch trocknen, die entsprechend schon an der Decke montiert ist. Wir haben hier eine richtig gescheite Duscharmatur. Alles schön verkleidet, sodass es auch alles vernünftig sauber zu halten ist. Und wenn wir die Dusche nicht brauchen, klappen wir das wieder rüber, legen unser Einlagebrett wieder rein und somit sind dann auch die Duschtüren gleich für die Fahrt gesichert, entklappert. Und wir haben halt diesen Bereich hier noch mit, den wir als Rangierfläche hier hinten im Prinzip mitnutzen können, weil wir den Bereich noch mit betreten können. Hier im unteren Bereich haben wir nochmal ein großes Bodenfach. Das bietet sich an für Schuhe etc. Alles, was man irgendwie unterbringen muss und vielleicht nicht alle fünf Minuten ran muss, können wir das da ganz entspannt unterbringen. Dann schauen wir einmal einen Blick ins Bad. Wir haben ja hier klassisch bei unserem T447 die Raumbadlösung. Das heißt, unsere Türe hier schlägt auch hier drüben an und verschließt hier, sodass wir hier diesen Bereich wirklich abtrennen können. Und somit haben wir hier jetzt auf der rechten Fahrzeugseite unser seitlichen Toilettenraum hier mit Waschbecken an der Wand. Wir haben hier ein bisschen Ablage oben auf der linken Seite, wie gesagt, Schrankraum hier mit Borten, sodass wir hier unsere Badutensilien entspannt unterbringen können. Unter dem Waschbecken noch ein großes Fach. Ein schönes aufgesetztes Waschbecken hier, was wir wirklich gut benutzen können. Man kann mit dem Kopf da vernünftig rüber, weil wir keine Schrankborte oder sowas im Weg haben. Und wir haben hier natürlich auch Möglichkeit, hier nochmal ein Handtuch und einen Waschlappen aufzuhängen und entsprechend zu trocknen. Dachhaube ist damit dabei, damit wir auch ein bisschen Frischluft kriegen. Und hier im Bereich der Tür haben wir auch nochmal Spiegelfläche und auch nochmal was, um unsere Handtücher aufzuhängen. Möbelbau hier hinten haben wir schon gesehen. Wie gesagt, unsere neue Schrankfarbe und Optik setzt sich natürlich auch hier hinten fort. Wir haben die linken und die rechten Seite hier nicht mehr nur als Borte, sondern wirklich vernünftig jetzt nutzbar, sodass wir da entsprechend auch was unterbringen können. Wir haben gesehen, dass wir unsere Rahmenfenster ja mit dabei haben. Dementsprechend haben wir hier auch ein richtig schönes gerahmtes Innenleben, wo dann entsprechend unser Remi-Verdunklungs- und Fliegengittersystem untergebracht ist. Bettenlänge, immer wieder ein großes Thema, zumindest für große Leute. Das hat Carado aber auch in diesem Fall wirklich par excellence gelöst. Wir messen einmal die rechte Seite. Die müsste das längere Bett sein. Das sind 2,15 Meter Länge, die wir dort haben. Und auf der Fahrerseite haben wir eine Länge von 2,8 Meter. Also wirklich zwei Betten deutlich über 2 Meter. Das haben wir selten. Meistens sind wir bei einem irgendwo bei 1,95 Meter und das andere irgendwo so glatte 2. Hier tatsächlich 2,15 Meter, 2,8 Meter. Auch die Breite ist hier vernünftig. Wenn man jetzt mal Mist hier von der Matratzenkante, das sind 85, die wir da haben. Wir haben ja aber im Schulterbereich im Prinzip nochmal die Hälfte der mittleren Matratze mit dazu. Somit sind wir dann sogar bei 1,10 Meter, die wir hier oben in der Breite haben. Und wir haben hier in diesem Fall auch noch die Auszugsmöglichkeit mit dabei. Dafür ist das Kissen, was wir hier liegen haben, sodass wir hier ganz bequem dieses Teil rausziehen können. Das schieben wir nach hinten und legen dann dieses Polsterteil hier noch entsprechend mit ein. Und haben dann eine wirklich große Liegewiese, die uns hier hinten wirklich richtig, richtig viel Platz bietet. Wer ein bisschen sportlich ist, kommt auch trotzdem noch über die eine Stufe bequem ins Bett. Derjenige, der es ein bisschen komfortabler haben möchte, der hat die Möglichkeit, hier auch noch eine Leiter heranzustellen. Die ist natürlich mit dabei, sodass wir dann hier von unten direkt ins Bett einsteigen können. So, jetzt sind wir wieder am Ende angekommen unserer Roomtour hier durch den Carado T447 Edition 24 mit dem Ford Transit Triebkopf mit der 6-Gang-Automatik. Wir haben eine ganze Menge Ausstattung schon mit dabei, das haben wir schon gesehen. Fängt an hier mit unserem Triebkopf, in dem Fall mit dem 155 PS Motor mit Automatik. Wir haben SAT-Antenne dabei, Fernseher ist mit dabei, Marquise ist mit dabei, serienmäßig das Radio ist mit drin und, und, und. Also da steckt eine ganze Menge Ausstattung mit an Bord. Die verlinken wir euch nochmal einmal unten in der Videobeschreibung, bzw. ihr habt da auch den Link zu unserem Börseninserat, sodass ihr genau das Auto euch nochmal angucken könnt, Fotos dazu findet und weitere Informationen, die wir da euch zu diesem Fahrzeug bereitstellen. Wir haben hier einen Grundpreis von 71.099 Euro, dazu kommen 6.109 Euro für Zusatzausstattung, das ist wie gesagt einmal der größere Motor, Bettumbau zu Doppelbett, große Heizung mit Elektroheizstäben, Holzrost in der Dusche, sodass wir hier auf einen Gesamtpreis inklusive Fracht und Überführung von 77.208 Euro kommen. Jeder weiß, die Preise haben sich in den letzten Monaten sehr stark entwickelt, ich finde aber trotzdem passt dieses Konzept so, wie er hier steht, wirklich gut in die Welt. Wir haben hier wirklich eine vernünftige Rundum-Ausstattung und brauchen da nicht mehr anfangen, groß jetzt Tod und Teufel noch wieder einzubauen und lehnen damit den Preis wieder nach oben auf. In dem Fall haben wir hier wirklich schon ein sehr, sehr gutes Gerüst und das für 77.000 Euro inklusive 155 PS und Automatik, finde ich, kann sich wirklich sehen lassen. Maße, natürlich auch wichtig, 7,36 Meter haben wir hier in der Länge, 2,32 Meter in der Breite und 2,93 Meter misst das Auto in der Höhe. Und auch wichtig, 3,5 Tonnen Gesamtgewicht haben wir so, wie er hier steht und die Masse im fahrbereiten Zustand sind 3.034 Kilo, auch so wie er hier steht. Sprich, die Konfiguration mit der Zusatzausstattung, die wir dabei haben, inklusive einem Fahrraum mit 75 Kilo, 20 Liter Wasser, 90 Prozent Kraftstoff, eine gefüllte Alugasflasche, Bordwerkzeug und Stromanschlusskabel. Somit haben wir hier ein Auto, was mit zwei Personen mit den 3,5 Tonnen durchaus fahrbar ist. Wir haben ja auch die Möglichkeit, hier die Version mit Hubbett zu bestellen. Dann kommen natürlich ein paar Kilo dazu, A für das Bett selber, B für die Personen, die wir entsprechend noch mit dazu nehmen, die das Hubbett nutzen. Da ist es wahrscheinlich sinnig, sich über eine Auflastung Gedanken zu machen, aber in dem Fall haben wir hier als 3,5 Tonner wirklich eine gute Basis, sodass wir auch noch das ein oder andere einladen können. Ja, schreibt es gerne mal um die Kommentare rein. Was sagt ihr zum Fort Transit? Was sagt ihr zum neuen Möbelbau innen? Wir haben ja schon den Carado i338 vorgestellt vor kurzem. Wer sich für einen Integrierten interessiert, der kann sich das Video ja auch nochmal anschauen. Da kann man auch schon den neuen Möbelbau sehen. Mir gefällt es wirklich gut. Es ist wirklich ein stimmiges Gesamtbild, wenn man hier drin sitzt. Man fühlt sich wirklich gleich wohl. Und ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.